Jetzt kommt eine weitere Folge Die Freitagsfolge wird verrunzt Leider war er nicht zu hören Ich werde es versuchen mit nachvertonen Obwohl nichts klappt Als nächstes fahren wir mal Rocken verkauft Prosteisen Abfahrer Eckstellen Leiden wir nicht auf Lassen wir die Runde fahren Er war fertig Dann fahren wir gleich zurück Auf Hof Zum Hof Bei Erst Ich bin die Hälfte leer Dann gleich wieder ausfüllen Und der Kumpel entgegen Da fährt er ja schon Die Haussaat hier ist es auch fertig Platz machen Sobald er voll läuft Kurz Senkung dann aus Ups Ups Lecker Rüßer Ja 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 Nächster Fall ist Reif Oh Shit Auf 5 gestellt Wer war das? Gut Voll machen Oder aus Oder aus Ja genau Aus machen wir aber erst Machen wir wieder rein Dessen können wir den Kurs nicht Dreh entlassen Und löschen Wir werden hier in dem Mal mit nacharbeiten Wurde Wurde Ahja Wurde vorne vorne Wow Fahren wir mal die Ehrenroute hier lang Perfekt aber schnell Wurde Das macht nichts Da muss ich tun Ne Da sind keine Annäher verkaufen Halt Wurde Halt Machen wir mal die Wurde Achso ja Kann sagen geld wenige Wurde Mehr kriegen Aber das ist ja eher Unkorn Gern jetzt auf landschutzmittel das kostet richtig Geld Uhrzeit Minuten rüber düsen wo wird unser phoenix nächster noch verkauft kann man nicht sehen das heißt wir machen jetzt Feld 1 und dadurch lange ist Feld 2 auch reif ich darf schon im Kopf bekämpfen geht so aus das ist immer dann blöd wenn man eine Woche her ist Schaut sich die Kläger wachsen als geplant dann wird das Gras auch auf Stufe 2 sein das kann auch gerne auf Stufe 3 wachsen das macht nichts das ist kein Problem die Ecke noch bis dann noch drinnen gut 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 Oh. Oh. kann ich morgen wie ich das bearbeiten das reicht gleich zur Hof zurück Sehmaschine, Gewicht, alles kaputt das ist ja Wahnsinn ja, das geht heute in das, belastert das Bild ganz schön flackert leicht doch noch mal mit der Grafik, keine Kamera kurz aufmachen und voll machen so entlassen unbekannt kann ich heute mal zerkaufen dann können wir schneller fahren automatisch, habt ihr Zeit Straße so so Das war's für heute. Fangen wir mal mit den 50ern an. Wir wollen immer verkaufen, dazu muss er immer was einladen. Wir wollen immer was einladen. Wir wollen immer was einladen. Ja, Verkehrsenkurs, naja. Kann ich auch nix ändern, ne? Das ist mein Fehler. Ich muss ja zumindest eintragen, weil einladen soll. Weizen. Das ist mal ganz gut. Gut, jetzt klappt das schon mal. Mal schauen wie schnell er fährt. Kurz Kontrolle um die Kurve. Zum Lohnzahlung ist ok. Die Kurve sind zu eng genommen. Ja, mit 50 km hat das guter Wert. So, das ist jetzt. Das ist einladen. Das ist einladen. Das ist einladen. Das ist einladen. Löschen. Plan. einstellen mal klappt preis ein bisschen gefallen das klappt auch das nächste ding einfüllen kann das dauern so das ist jetzt das hier alles geprüft haben wir hier ab stellen ich habe mir schon Oh, BGH-Silos vermontiert. Wie nett. Hat ja auch lang gedauert. So, gleich geht durch, aber es passt ja sowieso nicht. So, das ist Erntefall 2, Erntefall 1. Passt. Gehen wir auf die dritte. Wieder auf. Den ersten Meter machen wir manuell. Der sollte hinten gewandt sein. Dann noch mal der Rest bestimmt im Auto. Vorgefahrt müssen wir auch. Wenn ihr gut seid. 17. Das läuft auch. 11 kmh, aber kaputt. 12. 8 kmh. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe es hat gefallen. Es hat gefallen. Ich würde mich freuen auf mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal wieder. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020